Herzlich Willkommen zum neuen Video Unterwegs mit Frank. Wir sind heute im hohen Norden unterwegs und zwar am Jadebus und wir machen eine Fahrradtour, die in etwa 35, Quatsch, 26 Kilometer, genau 26 Kilometer lang sein wird und sind jetzt gerade hier in Ecuador Hörner. Ja, Anstoßen mit Sektdosen, normalerweise sind Dosen nicht unser Fall, aber das war jetzt mal auf dem tausendsten Fahrradkilometer, für den ich knappes Jahr gebraucht habe. Dieses rote Ding, das läuft vor der Preußeneck, das war bis 2012 in Betrieb, ist 45 Meter hoch und hat den Schiff in den Weg gewesen. Heute macht es das nicht mehr, aber heute könnte man auf die Plattform da oben gehen, wenn der Turm auf hätte, dann hätte man einen Blick aus 35 Metern Höhe. Egal, wir radeln weiter und wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit. Musik 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 Ja, die Neutsee kann auf Sonnenschein. Musik Gut, sie kann auch anders, haben wir auch schon gesehen, aber freuen wir uns einfach und treibeln weiter. Musik Musik Die St. Lamberti Kirche in Edgwarden. Ja, eigentlich sollten wir hier jetzt ganz gesund essen und uns ernähren, aber... Musik 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 Rast muss auch mal sein. Rast, habe ich gesagt, muss mal sein mit Pflänz. Prost. 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 Musik Musik So, das war sie heute, die Tour von Tossens, Äquadahörne an einem Melkruß vorbei, das leider geschlossen hatte. Aber trotzdem war es schön, wir hatten ehresinniges Glück mit dem Wetter und vielleicht seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Bis dann! Musik 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 Musik